Dass ich das letzte Mal eure Minecraft-Seeds getestet habe, ist mittlerweile schon fast ein Jahr her. Um genau das heute zu ändern, habe ich letztens endlich mal wieder meine Kommentare durchsucht und mir die 13 interessantesten Welten davon rausgesucht. Neben einem End, das komplett ohne Inseln generiert wurde, schauen wir uns dabei natürlich mal wieder die ein oder andere verbackte Struktur an, überprüfen, ob es in dieser Welt wirklich 8 Spawner direkt nebeneinander gibt und erkunden einen Trial Chamber, der in einem Stronghold generiert wurde. Viel Spaß! Okay, Freunde, den ersten Seed für das heutige Video seht ihr jetzt eingeblendet. Wir befinden uns in der 1.19.4-Version. In dem Fall haben wir leider keine Erklärung, was genau uns da erwartet, sondern insgesamt nur 5 Koordinaten, zu denen wir uns jetzt mal hin teleportieren werden und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Okay, also wir spawnen hier auf einem wirklich schönen Berg. Das gefällt mir schon mal extrem gut, wenn ich ehrlich bin. Die ersten Koordinaten, die im Kommentar angegeben wurden, habe ich jetzt auch schon mal eingegeben. Ich würde sagen, wir teleportieren uns da mal hin. Jo, okay, und hier haben wir ein Igloo, was auf den ersten Blick erstmal recht normal aussieht. In dem ganzen Ding wurde eine Laterne generiert, was natürlich komisch ist, weil wir uns hier auch in einem Schneedorf befinden. Die zweiten Koordinaten sind echt nicht weit weg, da handelt es sich hier auch um eine Struktur in diesem Dorf mit einer Kiste mit zwei Dias. An der dritten Stelle finden wir dann ein weiteres Igloo, was auch direkt in der Nähe ist. Das ist schon ein bisschen sehr weird. Oh, wartet mal, was mir gerade auffällt. Die dritten Koordinaten sind dieselben wie die ersten. Es ist auch einfach dasselbe Igloo wie am Anfang. Gucken wir mal, ob wir vielleicht an der vierten Stelle irgendwas Neues haben. Okay, ein Outpost in der Nähe davon, noch ein Rune Portal. Und genau dieses befindet sich dann auch schon am letzten Spot, den er in den Kommentar geschrieben hat. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele coole Strukturen in der näheren Umgebung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Verlauf des Videos noch krassere Sachen finden werden, aber für den Anfang ist das eigentlich erstmal ganz nett. Ach ja, und nicht, dass ihr euch wundert, warum meine Stimme so komisch ist. Ich war letztes Mal wieder auf einem Konzert und habe viel zu viel mitgeschrien. Für den nächsten Seed befinden wir uns in der 1.20.4 Version, weil hier im Kommentar leider keine bestimmte Version dazu gestanden hat. Die ganze Beschreibung hört sich allerdings trotzdem extrem vielversprechend an, da hier einfach im End keine Insel generiert werden soll. Wenn man es trotzdem irgendwie hinkriegt, den Drachen zu besiegen, dann soll das Portal super verpackt sein und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Alright, ich bin wirklich extrem gespannt, ob das Ganze stimmt und was uns hier im End gleich erwarten wird. Seid ihr bereit? 3, 2, 3, 2, 1, go! Okay, wir spawnen schon mal auf einer Obsidian-Plattform und das ist krass. Das ist ja... Was ist hier los? Guckt euch das an, da ist die Spawn-Plattform und es gibt... Es gibt keinen einzigen Endstone. Die ganzen Türme sind wirklich einfach random im Void. Ey, wie zur Hölle soll man darauf denn bitte Minecraft durchspielen? Das ist ja schrecklich. Ja, und auch das Bedrock-Portal hier ist wirklich ganz unten abgeschnitten, wegen der maximalen Bauhöhe. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Drache jetzt stirbt. So, let's go. Ich gebe einmal den Command ein und... Oh mein Gott, das ist so dumm. Das ist so dumm. Wenn man es schafft, auf dieser weirden Welt Minecraft durchzuspielen, dann kommt man nicht mehr weg, weil es gibt einfach kein Portal mehr. Ich befinde mich mittlerweile schon wieder auf dem nächsten Seed, denn hier soll man in einer Kiste in einer Ancient City einfach 5 OP-Goldäpfel auf einmal bekommen können. Um das Ganze zu testen, müssen wir uns natürlich einmal an die passenden Koordinaten begeben. In der richtigen Version sind wir auch schon. Alright, ich lande damit auch wirklich genau in einer Ancient City neben einer vielversprechenden Kiste. Yo, und was soll ich sagen? Dieser Seed stimmt. Wir haben 5 OP-Goldäpfel hier drin. Das ist ja absolut krass. Übrigens, wenn ihr irgendwie auch krasse Welten gefunden habt, die ich mal testen soll, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um das Ganze mal unten in die Kommentare zu schreiben. Wenn dieses Video gut ankommt, dann mache ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Parts dazu, weil mir das Ganze persönlich extrem viel Spaß macht. Achtet beim Kommentieren nur bitte darauf, dass ihr auf jeden Fall die Version hinschreibt, die wichtigen Koordinaten und mich nicht allzu sehr spoilert. Dankeschön. Für die nächste krasse Welt befinden wir uns direkt das erste, aber nicht das letzte Mal heute, in der Bedrock-Edition. Laut der Beschreibung soll man hier nämlich relativ nah am Spawn extrem viele Strukturen finden können, die einfach ineinander generiert wurden. Ich denke, wir alle wissen, wie unfassbar verpackt die Bedrock-Edition ist, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das Ganze stimmt. Aber ich kann mir darunter nicht richtig was vorstellen. Okay, also Spawn tun wir erstmal in einem Sparse Jungle in meinem Lieblingsbiom. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Omen. Als nächstes müssen wir uns dann zu den angegebenen Koordinaten einmal hin teleportieren und da sehen wir ganz wilde Sachen. Okay, also wir haben hier erstmal ein Dorf, dann hier eine riesengroße Mansion obendrauf. Dieser Käfig hier lässt außerdem noch auf jeden Fall auf einen Outpost schließen, den ich jetzt hier nicht in der Nähe sehe. Vielleicht können wir mehr ahnen, wenn wir einmal in den Spectator-Modus reingehen. Ja, hier ist einfach ein Outpost drin. Außerdem können wir hier an der Seite noch ein kleines Rune-Portal finden und hier ist einfach ein Wüstentempel, den habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Also ich muss schon sagen, das Ganze ist natürlich extrem verbuggt, aber ich liebe solche Seeds. Das gibt es wirklich nur in der Bedrock-Edition. Auf dem nächsten Seed sollen bei den Koordinaten minus 1, minus 1 und minus 1 einfach irgendwelche Seelen in der Luft schweben. Als wäre das noch nicht komisch genug, müssen wir dafür außerdem die Education Edition aktivieren und jetzt bin ich wirklich ganz verwirrt. Also dann, der Seed ist eingegeben, die Education Edition ist aktiviert und wir starten rein in diese weirde Welt. Okay, also der Spawn sieht erstmal normal aus. Auch mit mir scheint noch alles absolut in Ordnung zu sein. Als nächstes teleportieren wir uns dann genau zu den Koordinaten, die gesagt wurden und wir landen einfach random unter der Erde. Okay, also ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was der Kommentarhersteller damit gemeint hat, aber ich kann hier keine Seelen erkennen. Generell ist hier irgendwie gar nichts in der Nähe. Wir sind halt einfach mitten in Blöcken gespawnt. Hier ist zwar eine kleine Höhle, aber das kann man ja auch nicht reininterpretieren. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe mir irgendwas richtig krasses, gruseliges gewünscht, aber das war eine kleine Enttäuschung. Im nächsten Kommentar steht als Beschreibung einfach nur hoch raus, wo ich natürlich direkt an irgendeine verpackte Struktur denken muss. Ja, und ich denke, es ist absolut klar, dass so etwas natürlich in der Bedrock-Edition funktionieren soll. Wir starten rein. Okay, als Beschreibung stand direkt am Spawn und wenn ich das hier so sehe, glaube ich, dass wir auf jeden Fall richtig sind. Wir sind hier in der Wüste, haben ein kleines Wüstendorf und hier einen riesengroßen Wüstentempel. Also ehrlich, was zur Hölle ist da denn los? Hoch aus trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gut, wir haben hier einfach eine 100 Blöcke hohe Wüstenpyramide mit noch einem Ruined Portal drin, wie es aussieht. Außerdem befindet sich direkt daneben nochmal ein 20 Blöcke höherer Pillager-Outpost, wo die Pillager auch absolut nicht wissen, was abgeht. Wirklich, die tun mir fast schon ein bisschen leid. Die Luft da oben muss ja absolut schrecklich sein und die werden niemals nach unten kommen. Also klar, für die Villager hier unten ist das Ganze natürlich super, weil die sind absolut nicht in Gefahr, aber gebt euch, wie verrückt das aussieht. Wirklich, die ganzen Bedrock-Seeds machen mich immer wieder fertig. Ich meine, was ist das? Auf der nächsten Welt sollen wir mal wieder ins End gehen, weil sich da irgendein verbuggtes Portal in der Mitte befindet. Natürlich ist auch dieser Seed mal wieder für die Bedrock-Edition. Ich würde aber trotzdem mal sagen, dass wir da einfach reinschauen. Okay, also der Spawn könnte schon mal normaler nicht sein. Wir haben einfach einen ganz normalen Wald. Dann würde ich sagen, platzieren wir einfach mal ein End-Portal genau an die Stelle, auf der wir uns gerade befinden, gehen ins End rein. So, und hier soll sich jetzt in der Mitte ein verbuggtes Portal befinden, aber das sieht mir ziemlich normal aus. Auch wenn wir einmal den Ender-Drachen töten, dann... Oh... Nö, doch nicht. Das Portal wird aktiviert, das Ei ist da und sonst ist alles normal auf dieser Welt. Schade. Naja, aber genau deswegen teste ich ja solche Sachen und manche Seeds funktionieren halt einfach nicht. Ich habe euch ja letztens in einem Video über Monoliths erzählt. Das sind solche komischen Kastenstrukturen, die manchmal wegen Bugs aufgetreten sind früher. Eigentlich gelten sie mittlerweile als gefixt. Laut einem Kommentar soll sowas allerdings auch noch in der neuesten Bedrock-Edition manchmal vorkommen. Dicke Shoutout geht raus an den User für den Seed, für die Koordinaten und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze natürlich direkt mal an. Klar, in einem Mangroven-Sum-Spawn ist immer absolut schön. Wir müssen uns allerdings insgesamt 3 Millionen Blöcke einmal wegbewegen. Natürlich travelen wir das Ganze nicht, sondern haben ja zum Glück Commands, um uns dahin zu teleportieren. Alright, alles ist eingegeben und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Das sieht crazy aus. Ihr merkt, wir sind mittlerweile so weit weg vom Spawn, dass es auch extrem schon anfängt zu laggen. Aber was zur Hölle ist das denn für ein geisteskranker Krater? Wir haben hier an der Seite einfach so einen Wasserfall, einen riesigen Lavasee unter der Erde mit einem Deep-Dark-Biom. Yo, und die Wände von diesem Krater wurden einfach wirklich so richtig extrem abgekattet. Also, also wirklich, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, weil ich, wie gesagt, ein bisschen heiser bin, aber ich bin absolut begeistert. Also gebt euch das, wie cool dieser Höhleneingang aussieht, weil das alles so überverpackt ist hier. Da vorne ist sogar ein Dorf, so ein random Villager-Haus. Also, also, wirklich, wer dachte sich, yo, hier stelle ich mein Dorf hin, das ist eine saugeile Aussicht. Wenn ich da einmal verschlafen rausgehe, dann würde ich hier direkt in das Loch fallen. Ey, wirklich, ich weiß, wir haben in dem heutigen Video schon viele Bedrock-Seats gehabt, aber die sind halt einfach immer wieder besonders krass. Okay, Freunde, für den nächsten Seat haben wir ein kleines Special, und zwar kein Kommentar, sondern ausnahmsweise mal ein TikTok beziehungsweise ein Short. Hierbei handelt es sich um ein Video von Kayman18, wo er den perfekten Survival-Seat für die 1.19 vorstellt. Das Besondere und warum es das Ganze auch in dieses Video geschafft hat, er spoilert hier absolut gar nichts, sondern sagt, wir sollen das Ganze selber herausfinden. Alles, was wir wissen, ist, dass man in der Nähe vom Spawn direkt jeden einzelnen Holz-Type, jedes Biom und jede Struktur finden können soll, und genau das überprüfen wir jetzt mal. Auf der Welt befinden wir uns übrigens schon. Das hier ist der Ort, wo wir gespawned sind, und ich muss sagen, das sieht wirklich extrem cool aus. Das nächste Pilz-Biom befindet sich tatsächlich nur 1500 Blöcke entfernt. Ich würde sagen, das ist wirklich sehr nah. Auch die nächste Mansion können wir direkt vom Spawn zu Fuß erreichen, was ich persönlich extrem krass finde. Ja, und auch hier an der Seite mit dem ganzen Cobblestone sieht sie wirklich ultra mächtig aus. Yo, und sogar in der Ancient City können wir direkt vom Spawn relativ easy erreichen. Da wir sonst keine Beschreibung haben, habe ich absolut keinen Plan, was ich hier sonst testen soll, aber ich würde sagen, das ist ein cooler Seat. Hast du gut rausgesucht. Der nächste Kommentar kommt tatsächlich von einem Vater, der im Namen seines Sohns kommentiert hat, was ich persönlich ja wirklich extrem süß finde. Er sagt selber, dass er davon absolut keine Ahnung hat, aber dass es an bestimmten Koordinaten zwei Besonderheiten direkt dicht nebeneinander geben soll. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was wir da gleich sehen werden, und würde sagen, wir joinen in die Welt rein. Joa, also der Spawn sieht schon mal recht vielversprechend aus. Wir haben hier einen riesigen Berg und einen hässlichen Birkenwald. Bevor wir uns gleich sofort zu den Koordinaten teleportieren, hätte ich allerdings noch eine ganz, ganz kleine Bitte an euch. Die ganzen Seats rauszusuchen ist immer gar nicht so einfach, weil wirklich extrem viele Kommentare von euch reinkommen, was mich auch extrem freut natürlich. Wenn ihr mich allerdings für meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne jetzt mit einem Like und vor allem auch einem Abo tun. Dankeschön. So, und jetzt, wo ihr das alle getan habt, würde ich sagen, bewegen wir uns mal direkt zu den Koordinaten. Joa, okay, wir kommen hier in der Geode raus. Ich gehe mal in den Spectator-Modus. Oh, und das ist das Besondere. Okay, also ich war gerade schon ein bisschen verwirrt und dachte, yo, was soll an der Geode so besonders sein? Ja, aber dieses Ding liegt tatsächlich direkt zwischen zwei Ancient Cities. Also wirklich, das sind zwei komplett eigene Städte. Wir haben hier so ein Ding und da vorne ein eigenes Portal. Und wenn wir hier rüberfliegen, nur 20 Blöcke weiter, ist direkt die nächste mit einem eigenen Portal. Wirklich ein sehr, sehr cooler Seed und dass sowas passiert, ist schon ultra selten. Beim nächsten Seed habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass wir mal wieder eine schöne Welt sehen, denn hier soll der perfekte Ort für eine Base sein. Außerdem befindet sich direkt darunter ein Stronghold, falls wir irgendwie zu faul sind, um lange Distanzen zu traveln. Und ich würde sagen, da schauen wir uns doch direkt mal an. Und ja, ich kann irgendwie nicht richtig schnipsen. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Alright, also wir spawnen schon mal direkt in einem kleinen Dorf. Das ist ja immer vielversprechend. Dann begeben wir uns als nächstes mal direkt zu den angegebenen Koordinaten. Boah, und das ist hübsch. Das ist richtig, richtig schön. Also wir haben hier einfach so einen riesigen See in einem Schnee beziehungsweise in einem Dark Forest Biom. Hier ist dann so eine kleine Wand drin und direkt dahinter beginnt der zweite See mit einer Lush Cave und einer supergeilen Klippe. Das ganze Ding ist dann außerdem hier noch mit so Eisbergen umgeben, was mir auch super gut gefällt. Und wenn wir einmal unter die Erde gehen, dann haben wir direkt darunter wirklich den Stronghold. Joa, also ich muss sagen, das ist wirklich ein extrem guter Survival Seed. Ich bin absolut begeistert. Das ist wunderschön und dazu noch praktisch. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich bin eher hässlich und unnötig. Der nächste Seed ist tatsächlich von meinem guten Freund Tordi und der will den perfekten Spot für eine Monster Farm gefunden haben. Naja gut, möglicherweise habe ich ihm gesagt, dass er das Ganze kommentieren soll, damit es auf dem Thumbnail cooler aussieht, aber vertraut mir, der Seed ist wirklich wild. Wenn wir uns hier nämlich einmal zu diesen Koordinaten begeben, dann fällt uns schon auf, wir befinden uns unter der Erde. Wenn wir dann allerdings in den Spectator Modus gehen, sehen wir hier oben etwas Geisteskrankes. Wir haben hier einfach vier Spawner nebeneinander, aber glaubt mir, das war es noch nicht. Wenn wir uns nämlich hier einmal durch die Wand graben, dann sehen wir direkt weitere drei Spawner nebeneinander und ein paar Blöcke entfernt, befindet sich da oben dann sogar noch der achte Spawner. Das krasse hier dran ist, dass wenn man sich am richtigen Spot befindet, man einfach all diese Spawner auf einmal aktivieren kann. Außerdem sind alle bis auf der Spinn-Spawner hier Zombie-Spawner und wenn man den zerstört, hat man wirklich den perfekten Spot für eine Mob-Farm. Also wirklich, ich bin absolut begeistert, dass sowas passiert, ist wirklich extrem selten und deswegen musste ich den einfach mit in dieses Video nehmen. Es tut mir leid. Okay, Freunde, jetzt wird's wirklich ganz verrückt, denn der nächste Seed wurde mir einfach auf Twitter vorgeschlagen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin auch auf Twitter beziehungsweise jetzt auf X relativ aktiv, also folgt mir da gerne mal rein. Laut der Beschreibung soll es bei diesem Seed einfach einen neuen Trial-Chamber in einem Stronghold geben und das klingt doch mal ultra interessant. Also dann, rein in die Snapshot-Welt und ich bin gespannt, ob das Ganze wirklich stimmt. Wir müssen uns einmal zu folgenden Koordinaten begeben. Yo, okay, und das ist wirklich crazy. Wir haben hier einfach einen Stronghold, um genau zu sein den Portalraum und direkt daneben haben wir einfach Gänge, die in einen neuen Trial-Chamber führen. Also wirklich, was ist denn das für ein geisteskranker Zufall und wie cool sieht das irgendwie auch aus? Also hier mit dem neuen Spawner, mit den ganz neuen Kupferblöcken und so und direkt daneben einfach der Stronghold. Wirklich ein absolut krasser Seed und damit übrigens auch der letzte für dieses Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne als nächstes den letzten Part anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Auch der war wirklich absolut nice, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens am Samstag zu einer Banger-Challenge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich für all eure Einsendungen, natürlich fürs Zuschauen, haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.